Machen wir weiter mit unserem NAND-Game. Heute sind wir in der dritten Folge und wir möchten diese Levels hier erledigen. Auf dem Weg zur ALU, zur arithmetischen, logischen Einheit, da brauchen wir eben ein paar mehr Dinge als nur den Addirer. Schauen wir uns mal an. Also was sollen wir machen? Hier, Increment, das heißt um 1 weiterzählen. Also wir kriegen eine Variable in 16-Bit hier rein und die müssen wir um 1 erhöhen. Und das machen wir ganz einfach mit unserem Addirer. Das heißt auf A legen wir mal diese Variable hier rein und dann addieren wir 1 dazu. Wie machen wir das? Da könnten wir zum Beispiel das Carry-Bit dazu addieren. Damit wird das Ganze um 1 größer. Also hier eine 1 anlegen. Wo nehmen wir die 1 her? Haben wir nicht, aber wir haben eine 0, die können wir invertieren. Dann machen wir uns halt eine 1. Kein Problem, die geht in das Carry-Bit hier rein. Und aus dem Addirer raus, die Summe geht an den Ausgang. Und wenn es noch ein Übertrag wäre, der verfällt einfach. Das heißt ich habe hier eine 0, kriege am Ausgang eine 1, gebe ich mal hier irgendwie eine 123 ein, habe ich am Ausgang die 124, gebe ich eine minus 5 ein, habe ich am Ausgang die minus 4. Hier, wunderbar. I have completed this level. Optimale Lösung gefunden. Machen wir gleich den nächsten. Da geht es ums Abziehen, Subtrahieren. Jetzt müssen wir uns ein bisschen mit den negativen Zahlen auseinandersetzen. Ich habe ja gerade schon eine eingegeben. Hier ist auch ein Beispiel drin. Wie fangen wir da an? Wenn wir nur ein Bit haben, dann haben wir die Möglichkeit eine 0 oder eine 1 darzustellen, wenn es positive Zahlen sind. Wenn wir aber auch negative Zahlen darstellen können, würden wir die 0 und die minus 1 darstellen, interessanterweise. Klarer wird es vielleicht, wenn wir 2-Bit nehmen. Da hätten wir 0, 0 für die 0. 0, 1 wäre die 1. 1, 0 wäre die minus 2. Und 1, 1 die minus 1. Das nennt man Zweierkompliment. Ich kann, wenn ich eine negative Zahl machen will, sagen wir mal minus 5. Also wir fangen mal an mit 5. Dann haben wir hier 1, 0, 1. Um minus 5 zu bekommen, brauchen wir das umgekehrte Bitmuster. Das heißt, alles 1er, 0, ein 1er und wieder eine 0. Das wäre dezimal eine minus 6 zunächst. Das ist genau dieses invertierte Bitmuster. Und zudem müssen wir noch 1 dazu addieren. Also machen wir eine minus 5 draus und dann haben wir genau das Bitmuster 0, 1, 1. Also negative Zahlen bildet man generell durch Bitweise invertieren, plus 1. Und genau das müssen wir jetzt machen. Wir addieren zwei Zahlen. Wir addieren A und B. A nehmen wir, wie es ist. Und B müssen wir vorher negativ machen. Durch Bitweises invertieren, also alle hier invertieren. Sieht man, die plus 5 wären hier invertiert, die minus 6. Und dann zählen wir noch 1 dazu. Das haben wir ja gerade eben gemacht, den Increment. und das natürlich in die Variable B und der Ausgang, der kommt dann an der Summe raus hier. So. Hier haben wir die negative Zahl erzeugt. Schauen wir es uns nochmal an, stimmt das auch wirklich? Tatsächlich, wir haben hier minus 5. Die negative Zahl geht nach B und der Ausgang von dem Addierer wird hier auf den Ausgang gelegt. Jetzt können wir tatsächlich voneinander abziehen. Machen wir mal 13 minus 5, da kommt 8 raus. Wunderbar. I have completed this level. Er sagt, bestmögliche Lösung gefunden. Sehr schön. Dann machen wir mit dem nächsten Level weiter. Jetzt haben wir die Aufgabe equal to zero. Wir sollen feststellen, ob eine Variable tatsächlich null ist. Unten kommt eine Variable rein. Die besteht in dem Fall aus 4 Bit. Und wenn die irgendeinen Wert hat, ist sie nicht null. Und wenn alle 4 Bit null sind, ist sie null. Das ist eine relativ simple Übung. Klar, wir verodern die. Wenn irgendeiner, entweder der oder der oder der oder der oder mehrere von diesem Bit nicht null sind, also 1, dann soll man am Ausgang die 1 anzeigen. Also lege ich hier mal zwei Oder-Glieder rein. Dann haben wir schon mal die beiden Gruppen hier verodert. Und dann lege ich noch ein drittes oben drauf, das die Ausgänge hier zusammenfasst. Das heißt, wenn entweder hier eine 1 dabei wäre oder hier eine 1 dabei wäre, dann hätten wir hier schon die 1. Und damit zeigt der Ausgang die 1, sobald hier irgendeine beliebige Stelle eine 1 hat. Egal welche. Und damit haben wir den Level gelöst. Habe ich gedacht? Nein. Nein, ich muss ordentlich lesen. Den haben wir nur gelöst. Wir sollen eine 1 ausgeben, wenn alle 0 sind. Also ich muss das Ganze noch invertieren. Kein Problem. Wenn wir die 0 haben, dann haben wir keine 1 irgendwie. Und dann ist unser invertierter Ausgang von diesen Oder-Baugruppen eine 1. Jetzt passt es. Optimal gelöst. Nächster Level. Hier sollen wir feststellen, ob die Variable, die hier reinkommt, kleiner als 0 ist. Less than 0. Und wie stellen wir das fest? Wir hatten es ja vorher mal gemacht. Sobald wir eine negative Zahl, ich nehme wieder meine minus 5 zum Beispiel, haben, werden hier sehr viele Bits zu 1. Und auf das eine Bit, auf das es uns ankommt, ist dieses Vorderste. Sobald das hier eine 1 ist, haben wir eine negative Zahl. Wir können ja mal eine große Zahl eingeben. Sagen wir mal in Hex 7 FFF, das ist die größtmögliche positive Zahl. Die hat hier noch eine 0, alles andere sind 1er. Das wären die 32.767. Das wären die 32.767. Sobald wir noch 1 größer wollen, also 68, sagt er, nee, nee, wir haben zwar hier eine 1 vorne, das ist die Hex 8000. Aber wir sind hier, man sieht es ein bisschen schlecht, negativ. Das ist minus 32.768. Und auf die Art erkennen wir die negativen Zahlen. Wir haben hier einen Splitter, wo wir diese 16 Bit wieder in 16 einzelne Bit verwandeln können. Und sobald hier vorne eine 1 kommt, wissen wir, wir haben eine negative Zahl. Und das müssen wir einfach nur an den Ausgang geben. Und dann haben wir auch diesen Level. Das war es schon für die Runde 3 und in der Runde 4 machen wir die nächsten Aufgaben. Das war es schon für die Runde 3 und in der Runde 3 und in der Runde 3 und in der Runde 3. Das war es schon für die Runde.